ein herzliches hallo an alle gaming fans draußen wir sind wieder hier zurück niemals hafen oder so wie man das auch immer betiteln mag ich hoffe dass ich dieses mal keine frame einbrüche haben werde und ich hätte sagen probieren wir es einfach mal aus manche schreiben so viel nonsens so ich will nämlich hier weiterkommen wie man zwerft hüllen-infanterie-stiefel ich habe immer sowas von dass es dieses mal nicht so abducken wird ja 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 so wir haben ja schon ein paar mal gewesen das ist jetzt alles nur so schwer ja 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 na komm nicht so schüchtern hier drin ist genug für uns beide hey soll es reinkommen hey nein herkommen 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 wie komm ich jetzt rein nach hier ne nicht festhängen Au, da hat er mich gut getroffen. So. Hatte ich aber mal die Schnauze voll so ein bissel. Ja, so. Ich halte mich hier ja auch schon ein wenig lange auf. Aber wenn ich mich recht erinnere, kam ja von irgendwie an mal noch irgendwie einer. Aus einem mir unbekannten Winkel. Oder einfach irgendwoher. Ach, da oben. Da wahrscheinlich. Ja, Blutfleck. Hier ist zu. Wo war jetzt die Binder da vorne? Große Seele eines verlorenen Untoten und Lebenstein. Hey, Lebenstein. Das finde ich gut. Lebenstein ist. Klasse. Oh, nö. Nö, 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 nö. Nicht drei auf einmal. Nein, ich hatte doch einen schönen. Oh. Auch gut, dass der jetzt nicht pariert hat. Hätte mir voll... äh... schwäche Licht, ey. Hätte mir voll zusetzen können. Du hast nichts verloren. Du hast nichts verloren. Aber da war noch Karte drei. Oder hat der dritte hier nicht reagiert. Der da drin. Wohin rennt der denn? Dunkles Herz. Was ist das? Muss ich doch glatt mal gucken. Oh. Läuft da irgendjemand? Über mir? Ne, ich glaube nicht. Oh Gott, ich muss jetzt mal gucken, was da läuft. Also hier ist jetzt nichts versteckt. Aber schau dir... Mir erstmal das dunkle Herz angucken. So. Werde ich ja wohl dürfen. Auch das hier. Vorübergehend Finsternis. Aha. Ich glaube, gegen die Gegner hier brauche ich keine Finsternis. Das sind ja nur Hüllen. Genau wie ich. Also, okay. Ich bin ein Untoter. Die sind Hüllen. Ich habe noch meinen Verstand und die nicht. Oh. What the hell? Warte. Warte, 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 warte. Was bist du? Was hast du vor? Ja, verschwinde. Nein. Ich habe gesagt, verschwinde. Ich weiß nicht mehr, was du bist. Ich weiß nicht mehr, was du vorhast. Wenn ich dir zu nahe komme. Wenn das alles ist, was du drauf hast. Nur eine Zweihandkombination. Links, rechts, dann. Ciao. Nein. Pluton. Ihr seid gestorben. Mal wieder mehr. Was ist das für Viecher? Ringen der Wiederherstellung. Ja. Ich muss also ein wenig besser aufpassen in dem Gebiet. Wobei ich aber auch. Ähm. Und. Oh. Das war ein bisschen knapp. Perfekt. Davon wird das langsam aber sicher mein Leben zerfrisst hier in den Fallen. Ah, wie man der zweite Schlag überhaupt nicht trifft. Au! Nein, 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 nein! So hat das nicht geplant. Oh, nein. Feier mal den Kopf. Puh. Oh Gott. Ich muss halt nur berücksichtigen, dass eventuell der zweite Heap nicht trifft. Wie, ich hätte den Lebenstein nicht drin. Nein. Güte. Halt. Ausrüstung. Ach, mein Fuß zittert rum. Na super. Ich habe mir also vorhin fast in die Hose gemacht, wegen einem Bug. Na toll. Ah, ich würde sagen, nur noch übe ich ihn ein wenig auf. Da stehen sie wieder alle drei. Komm, tun wieder nur zwei. Gut. So. Gibt es da auch noch? Hey, ich habe noch. Wimschad nehmen und wurfen. Also, äh. Ich bin ja nicht so da freuen von. Und da unten ist noch das Vieh der Finsternis. Komm ich von hier aus hoch? Ne. Hm. Weiter hochlaufen. Oder hier unten ist mir das Vieh inspizieren. Ich weiß nicht, was ich mir das setze. So. Weiter zu dem. Jetzt hole ich mir. Jetzt knöpfe ich mir erst mehr dich vor, Junge. Oh, oh. Blutung. Ganz schön hoch. Ah, Licht ist also deine Schwäche. Da lässt du nicht nützlich reden. Aber jetzt habe ich dich. Vieh. Das ist also Blutung. Gut, merke ich mir, dass dieser komische, stachelige, rote Fleck eigentlich ein Blutfleck ist und dadurch Blutung verkündet. Ich glaube, wo der ja kommt, kommt bestimmt noch mehr. War sicherlich kein einmaliger Gegner. Aber da drin habe ich auch irgendwas gesehen. Oder war das jetzt nur das, was ich hier oben gesehen habe? Okay. Nein, da war wirklich was. Eisenpfeil. Zehn Stück. Na super. Ja, kein Geheimdienst. Auch keiner. Auch nicht. Hm, boah. Mehr war hier nicht drin. Schade. Bin ich von da gekommen, ja, oder? Nein, bin ich nicht. Da ist nur eine Seele, die ich mir noch nicht geholt habe. Also da war ich drin, da drüben war ich drin, hier war ich aber noch nicht drin. Ja doch, vorhin war ich hier drin. Gut, würde ich sagen. Oh, was? Hat mich das jetzt getroffen, das Fall? Oder irgendwie was anderes passiert? Hm. Bin ich überfordert. Hast du dich da oben bewegt? Nö. Drüben ist noch was. Oh. Hast du mich mitgekriegt, und? Und, hallo. Schon wieder diese untoten Hunde. Gut, erstmal das Herrchen. Finde ich gut. Nein, nicht weiter. Ja, genau. Ich treffe mal wieder nicht. Ja, komm. Gibt bestimmt noch höhere Gefahren da drin. Wow. So, dann mach ich dir auf einmal so langsam. Eieieieiei. Ring der Klinge. Sieht interessant aus. Bin ich ja mal gespannt, ob... Ähm... Der Dings... Na, jetzt muss ich mir erst mal wieder einfallen. Nix weiter fordern. Ob dieses Schattenwesen noch da ist, oder ob das nur einmalig da war. Aber irgendwie kommen meine Befehle wieder ein wenig verzögert an. Das finde ich schon mal gar nicht gut. Ja, ich bin ja bekloppt. Also, den Rücken zu dem Pfeil, Schießer. So, auf Wiedersehen. Viel Spaß im Bad. Nein. Wo? Ah, ich kann gleich wieder mal eine Kombo schwingen hier. Nicht mit mir. Dann nicht ständig mit mir? Ihr komischen... Geht's da hinten auch hoch? Ich seh's nicht so genau. Sollte ich den Weg mal probieren hier. Erstmal die Leute hier bezwingen wieder mal. Jetzt sind sie natürlich zu dritt. Ah, hilf, 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 hilf. Nein. So weit zurück wollte ich nun doch wieder nicht. Rostige Münze. Äh, alter... Ja, hatte ich ja glaube ich schon. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. Ähm... Oh, da hat eine dicke Keule. Hm. Mehr Ringen hatte ich nicht, ne. Äh, vielleicht noch ein anderes Schild nehmen. Das hier kann ich immer noch nicht tragen. Kann ich mit aktuellen Garten. Okay. Mal gucken. So. Probiere ich das doch mal mit dem Schild. Ich weiß nicht, wie genau oder wie gut er ist. Aber ich könnte ja gucken. Äh... Äh... Töööö. Halt. Kann ich hier das genau erfahren? Äh, ja. Das ist die Haltbarkeit. Äh... Das tut mir leid. Da kam ein Nieserchen. Ich will aber mal gucken. Äh... Ah, hier, genau. Magie. Blitz. Der ist gut gegen Blut. Und gut, dass ich den schon hatte. Per Zufall. Ja, der bringt mir wirklich mehr. Ich will ja wegen dem ganzen Blutungszeug. Da behalte ich da die Poten. Aber bei meinem Schwert bleib ich auch erst mal. Das scheint mein Ritter etwas schneller schwingen zu können. Wow. Doch gebe ich hier nicht so schnell auf. Ich muss mich erst mal eine ganze Ecke an Toten heilen. Au. Nein. Dumme Pfeilkombinationen. Wow. Ich will mich nicht davon treffen lassen. Ich weiß nicht, was das macht. Autsch. Ich hab mich jetzt schon wieder total schlecht... ...gehalten. Ach nee. Hab mich da Pfeil durchbohren. Oh Gott. Äh, nochmal einen Schluck Kaffee. Also der Sushi muss ich jetzt echt überlegen, ob er die ganze Scheiße drin lässt... ...oder ob ich sie nicht eventuell doch mal ausschneide. Kann doch nicht angehen. Nee. Nee, ich lass es drin. Ach, ich hab's nicht mehr. so, wie kann man da sein? Ach, gut. So, du bist weg, dich da oben lasse ich da oben stehen, jetzt muss ich mal kurz gucken insofern, oh ne, ich will nicht heute gegen euch kämpfen, oh, 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 oh es lief auch schon mal besser für mich das schattenvieh ist auch noch da na komm hat er nicht ab komm jetzt komme ich halt zu dir mittel und wege wie ich eigentlich zu dir komme ich könnte mal ein leuchtfeuer hier in der nähe gebrochen eins an dem ich mich erholen oder regenerieren kann hier oben hat sich nichts weiter versteckt sollte ich das hier außer dieser nette eingang hier mit diesen netten feuer da oben und mit diesen netten gegner ist dahinter nichts versteckt irgendwo hier doch ring der lebenssicherung ob ich den nicht schon drin 1 9 Inventar Ring des Bindens blaues Siegel ok was bringt er hebt tot auf zerbricht jedoch hebt tot auf zerbricht jedoch das sagt mir irgendwie gar nichts ich hebe den erstmal auf falls mir einer von euch erklären kann wofür er gut ist o oh oh ja ja